So, Teil 1 vom heutigen Glock. Jetzt geht es mit dem Zug nach Osnabrück und dann weiter in Schede ins Stadion zu Fenster gegen Rotterdamer. Schede ins Stadion zu Fenster gegen Rotterdam. Schede ins Stadion zu Fenster gegen Rotterdamer. Schede ins Stadion zu Fenster gegen Rotterdamer. Schede ins Stadion zu Fenster gegen Rotterdamer.